Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video mit der Selina. Ja, und heute machen wir das kurz... Okay, es gibt noch nichts. Wisst ihr, ich habe hier schon ein bisschen was zusammengefarmt. Perlen habe ich heute bekommen. Dann finden wir solche Ausnahmen mal in die Brawl Box. Ich dachte, wer kommt denn da jetzt raus? Und ich werde nicht lange schwatzen. Es sieht nie wieder aus, es sieht nie wieder aus. Und so sind da auch ganz viele Actors rausgekommen. So viel wie, äh... Baby... Rosa... Und... Jake! Ja, sieht lustig aus. Und, äh, ja. Heute machen wir eine Challenge. Und zwar nämlich, ähm, Selina, hatte ich mir dann so gedacht, dass wir vielleicht so eine Challenge machen, dass wir unsere Ulti nicht benutzen. Okay. Gut, okay. Sollte einer von uns, äh, die Ulti benutzen, darf er sich für die nächsten 15 Sekunden nicht bewegen. Und sogar nichts machen. Sollte die Inaktivität eigentlich antreten, darf er natürlich sich kurz einen Zentimeter bewegen. Okay, dann mal hier wir go. Ja. So drei Runden? Also wir dürfen unsere Ulti nicht benutzen. Auch nicht so hell, hab ich jetzt so gewählt. Aber... Ich bin dumm. What the fuck? Okay, guck mal. Drei Runden? Wo wurde ich denn gewählt? Oder was du gewählt hast? Mit dem Regal? Okay, wir haben zwei. Jetzt hier. Angriff! Hey, wir sind doch an... Uh! Okay, ich darf mich nicht bewegen. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Treib. Ja, so wie dazu. Ich bin so doll in der Bibel an. Okay, ich bin aber, das ist jetzt alles. Heute ist es in der Mitte. Nulltonne ohne Böckel. Oh geil. Oh Gott, ich muss mich nicht hinter verstecken. Ich hab, glaub ich, die meisten. Ich hab mal Regeneration. Ich glaub, ich bin hinten alleine. Ey, Dega, wenn du dich traust, dann komm ran. Ja, aber, ja, du kommst. Ist das denn noch Russen oder was? Ich, ähm. Herr Leute, schaut unbedingt mal. Da war's, das Ding von Castle 64 mal vorbei. Da kann man echt nicht sagen, die Russen kommen. Das ist Russisch. Denk mir mal. Cheater, du da. Okay, jetzt krieg ich da rein. Was? Ey, Dega. Nein. Ja. Oh Gott, please, komm schnell. Hilfe. Jetzt, okay, ich darf mich nicht bewegen. Hast du jetzt eine Röte benutzt, oder was? Oh, oh, oh. Ey, Digger. Jetzt müssen wir uns aber mal richtig auf dem Hintern setzen. Ich hab' keinen Bock, weitere Profäne zu verlieren. Hast du doch auf Bock? Nee, Nies. Aber Freunde, wenn ihr Bock habt, mal in unserem Club zu sein, wir haben hier nämlich einen Club gegründet. Team und ohne, weil wir beide sind riesige Castle 44 Fans, deswegen, wenn ihr mit Rollstar spielt, dann joint uns doch bei Team ohne rein, normal, mit den grünen Sterne Banner, aber ihr müsst, äh, wenn ihr müsst 600 Trophäen haben, um hier beitreten zu können. Also, wir können nur echte Profäen haben, und so. Mal sehen wir nicht, wenn wir mich denn jetzt schon, äh, ja, für gleich, äh... Ja, ne, schein' die, ähm, Dings auf uns zu machen, was anklick. Ja, wer denn? Wer denn jetzt? Obwohl, ich kann euch auch mal wieder... Ups, ne, kurz. Ja, du kannst ihn nicht spielen. Ich nehm' El Primo Sino, wo sie will. Okay, dann... Ereignisauswahl. Was wollen wir denn zusammen zocken? Ereignisauswahl. Ereignisauswahl. Entschuldigung, mit Dingsa-Boomstar kann ich leider nichts anfangen. Und morgen? Aber wie findet ihr ein, ist die neue Hintergrundmucke? Schauen wir mal unten in die Kommentare. Und wenn noch mehr Ablogs das Video kommen sollen, dann hat es mich auch noch in die Kommentare und lasst ihn weiter. Ui, ne, 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 und die neuen Läden lassen wir uns selbst nicht hin. Ok, dann haben wir wieder. Was ist das? Mast sein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Schnell weg. Oh nein. Oh. Was ist mit den Robotern? Oh Gott, die russischen Roboter kommen. Oh nein. Die russischen Roboter. So, dass wir die russischen Spiele zusammen. Ja, richtig. Ulti nicht. Habe ich komplett vergessen. Ich hätte beinahe die Ulti genommen, um mich wegzutippen. Wir müssen kurz mal unseren Busch verstecken. Oder im Busch, ist mir eigentlich auch egal. Oh, oh. Ey, wir sind... Wir sind ein sehr schweres, hier. Oh nein! Oh, 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 oh. Hilfe! Wir sind ein bisschen. Hey, der Roboter kann doch alles übernehmen. Okay. Okay, kurz hin, Schordern. Schnell, 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 schnell. Was steht denn da so dumm rum? Evelina! Steht doch gar nicht so dumm rum. Was sollte das denn? Weiß mal, hat er... Na du weißt schon... ...Internet gestört oder was? Ja. Du 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 und du 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 du... Ok, letzte Runde. Wir können jetzt aber mal einen anderen Drellner. Wir können dann dann Palmen. Immer wieder praktisch der Empfind. Genau. Wer sind das denn vorher? Es gibt so einen Schock. Gesetzloser Kord. Okay. Geht es jetzt mal aus dem Kampf raus? Ich werde es. Ich versuche es. Oh, geht nicht oder was? Doch, jetzt. Okay, dann. Letzte Runde. Keine Rundi. Für mich ist das eigentlich irgendwie einfach. Wieso? Ohne den. Ohne den. Silja, du weißt ja, dass Pan immer manchmal sagt, Pan, Pan, hier kommt Pan. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie auch deutsch ist. Nee? Nee? Ohne den. Ihr kommt Pan. Bei den kann ich auch immer wieder an. Ey, Digger. Da gehe ich. Kannst du mir den Bischof stoppen? Was willst du? Oh Gott. Vielleicht. Jetzt hier alle auf mich auf. Hey Digger. Hey Digger. Du kannst hier noch einen Cube. Kurz schnappen. Okay, wir haben jetzt 6 Kids. Ey, denn einer von uns stirbt, ne? Ähm. Ups. Okay. Lass gehen bleiben. Mal wieder. Also die neue Uzi gezielt hat. Bitte was jetzt nicht. Habe ich nicht gerade. Oh Gott. Er gibt sie nicht dann sogar. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nein. Ja. M. Okay, hier hinten. Das war zu knapp. Zeig mal die Ulti von Dine Mika. Deine mal. Oh noch Rosa. Echt jetzt. Ding. Oh oh. Digger, geht er weg? Häh? Ich sag's. Api. Kali. Im. In. Diab. Im. Api. Kali. Api. Kali. Api. Kali. Kann ich auch nicht. Echt ja. Und er ist im Schauen da. ja hier kann ich hier bin hier hier kommen an die kleine Aua 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 komm schon Nein ja ja aber Freunde wenn euch das Video gefallen hat dann lasst ein Like, abonniert meinen Kanal um nichts mehr zu verpassen wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ja habt noch einen fantastischen Tag und wir sehen uns tschau Platz 40 auf 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 auf